Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des 60. Kaffeein Hallo und willkommen zum vierten Teil des Multiplexing Tutorial. Wie im dritten Teil angekündigt, werden wir hier für das Multiplexing, genauer zum Ansteuern der gemeinsamen Kathoden bzw. Anoden, ein serielles Schieberegister, nämlich den weitverbreiteten 74HC595 verwenden. Um sich mal von der Leistungsfähigkeit von diesem kleinen Schieberegister Wunderteil zu überzeugen, zeige ich, wie man 32 bzw. 40 Anzeigen mit diesem Steinchen ansteuert. Und das mit nur drei Ports des Controllers. Damit steuern wir in diesem Fall immerhin 280 LEDs einzeln an. Ich spreche hier immer von 32 bzw. 40 Anzeigen. Das kommt daher, dass wir acht 7-Segment-Multiplexing-Module mit jeweils vier Anzeigen einsetzen, also 32 Anzeigen. Aber der Doppelpunkt und das Hochkomma jeder Anzeige hat einen eigenen Anschluss, sind also technisch gesehen eine eigene Anzeige. Dadurch haben wir nicht vier Anzeigen pro Modul, sondern fünf. Wir haben also 40 Anzeigen im System, die eine gemeinsame Kathode bzw. Anode haben. Jeder 74HC595 hat acht Ausgänge. Nehmen wir also fünf Stück davon, können exakt die 40 Anzeigen bedient werden. Wie in den anderen Teilen hat die Schaltung folgende Funktionen. Textausgabe im Rahmen der Möglichkeiten der 7-Segment-Technik, einen unendlichen Zähler, der in 100 Millisekunden auflöst und eine Temperaturanzeige, realisiert mit einem NTC, der auch im dritten Teil verwendet wurde. Sehen wir uns zuerst die verwendeten Displays an. Diesmal stammen sie aus Deutschland von Polym. Es handelt sich dabei um das LTC 4627G, welches Polym für 40 Cent anbietet. Das bekommt man auch in China nicht zu diesem Preis. Da ich ohnehin ein 7-Segment-Fan bin, habe ich mich da gleich mal ordentlich bevorratet. Man sollte die auch tatsächlich in größeren Mengen bestellen, dadurch das erhobene 5 Euro Porto der Displaypreis je nach bestellter Menge sinkt, also um den Portoanteil. Wenn wir uns das Innenleben der Displays ansehen, erkennen wir, dass hier erstmalig Anzeigen mit gemeinsamer Anode verwendet werden. Das heißt, Strom fließt durch die LEDs nur, wenn die Anode auf High und dementsprechend die Ports für die einzelnen Segmente A bis H auf Low liegen. Also genau umgedreht zu den Beispielen aus Teil 1 bis 3. Für die Technik ist das weitgehend egal. Es ist ja ohnehin nur eine Frage der Softwareimplementierung. Im Schallplan lassen sich gut an Pin 4 die drei einzelnen LEDs für den Doppelpunkt und das Hochkomma erkennen, was zu einer eigenständigen Anzeige führt. Dass das nicht besonders hilfreich für unsere Zwecke ist, sehen wir später noch. Der Hersteller hätte besser daran getan, die drei LEDs als Segment E anzubinden. Deswegen müssen wir Softwaretechnik etwas basteln. Natürlich unter gleichzeitiger Verwendung der Anode an Pin 4, also Digit 5. Wenn man es genau nimmt, bauen wir uns hier ein 2x16 Display aus Segmenten zusammen. Zugegeben, diese Variante als LCD wäre schneller in Betrieb genommen. Macht aber bei Weitem nicht zu viel her, denke ich. Das Schiebregister der 74HC595, obwohl es viele kennen und einsetzen, gebe ich hier auch noch meinen Senf dazu. Der Baustein hat grundsätzlich die Funktion, ihm seriell zugeführte 8 Bit als Byte parallel auszugeben. Also ein seriell Parallelwandler sozusagen. Er wird auch gerne als Port-Erweiterung für Mikrocontroller genutzt, da mehrere dieser Bausteine kaskadiert werden können und er dafür nur mindestens drei Port-Leitungen benötigt. Für die gesamte Funktionalität benötigt man drei Pins mehr. Brauchen wir hier aber nicht. Wir schieben nur ein einziges High durch alle Bausteine im Loop durch. Dabei ist der Stein übrigens 400 MHz Shift-Frequenz gut. Sagt man zumindest. Das wären 10 Nanosekunden pro Shift-Befehl. Das liegt außerhalb allem, was wir mit den Arduinos veranstalten könnten. Und ist ca. 5-10 Mal schneller als der 74LS145 aus dem dritten Teil des Tutorials. Aufgrund der hohen Verbreitung ist er auch noch sehr günstig. Er kostet in Mengen von etwa 20 Stück nur wenige Cent. Okay, Pin 8 und 16 sind die Versorgungsspannung, da erwartet der gute 5 Volt und Ground. Q0 bis Q7 sind die 8 Ausgänge, die dem Stein seriell zugespielt werden. Sie treiben nach High oder Low und sind für ca. 25 mA gut. Der Stein insgesamt kann ca. 0,5 Watt ab. In Richtung Grauen verträgt er etwas mehr Leistung. Da bin ich mit der Schalten deutlich drüber, aber im multiplexigen Betrieb haben wir ja etwas Luft, um mit dem Stromfaktor zu spielen. Als normaler Schaltport muss man allerdings dann hinterher noch mit externen Transistoren oder z.B. einem ULN 2003 verstärken. Pin 14 ist der serielle Dateneingang. Hier wird ein Low oder High angelegt. Mit Pin 11 wird dann flankengesteuert, dieses Bit in das Ledge geschoben. Sind alle 8 Bits in alle Ledge geschoben, wird mit Pin 12 der Inhalt der Ledge ebenfalls flankengesteuert auf die 8 Ausgänge gelegt. Dazu später mehr im Quelltext. Pin 9 hält so eine Art Carry-Bit vor. D.h. mit jedem Shift über Pin 11 wird Pin 9 mit dem Wert von Bit 7, also dem MSB, gesetzt. Damit wird der Stein auch kaskadiert. Pin 9 geht auf den seriellen Dateneingang des nächsten 74 HC-595. Pin 10 ist ein Master Clear. Wird dieser Pin auf Low gezogen, werden alle Ausgänge gelöscht, liegen also auf Low. Wir lassen diesen Pin auf VCC. Pin 13 kann die Funktion der Anzeige bei Low außer Kraft setzen. Dieser Pin wird hier auf Ground gelegt. Sehen wir uns den Schaltplan an. Wie ihr sehen könnt, geht es hier richtig zur Sache. Die Verdrahtung ist sehr aufwendig. Das ist eigentlich ein Projekt, was auf eine richtige layoutete Platine gehört. Nicht weil es kompliziert ist, es ist einfach sehr viel Verdrahtung. Da das auf diesem Plan kaum zu erklären ist, habe ich die Verdrahtungsvorgang in mehrere Teile gesplittet. Da ist der Aufbau einfacher zu erkennen. Für die Bestückung wird eine 160 mm breite Platine benötigt, damit alle Anzeigen draufpassen und nicht überstehen. Im ersten Bild sieht man ungefähr die Lage der Bauteile auf der Lochrasterplatine. Da das Original deutlich gedrängter ist, habe ich das Layout für die einzelnen Verdrahtungsschritte etwas aufgeweitet. Im zweiten Bild werden zuerst die Segmente A bis H verdrahtet. Das wären dann 8x8 Brücken. Ich empfehle diese Brücken auf die Unterseite zu legen. Oben wird es später eng genug. Wären dies statt Multiplexanzeigen einzelne Anzeigen, würden wir hier über 8x32 Brücken sprechen. Und das wäre kaum noch machbar. Die 8 Vorwiderstände können in dem Zuge gleich mitbestückt werden. SMD wäre sinnvoll. Die Widerstände sollten weniger als 50 Ohm haben, sonst wird die Anzeige zu dunkel. Im dritten Bild wird die Versorgungsspannung, also 5 Volt und Ground, von den Pins VCC und GND des Controllers an die 5 Schieberegister ICs gelegt. Dabei werden die Pins OE und MR gleich mit verdrahtet. Im vierten Bild werden dann die drei Steuerleitungen an die 574 HC 595 gelegt. Es ist unbedingt auf die Verdrahtungsreihenfolge der Datenleitung DS zu achten. Die Leitungen für Clock und Ledge Store sind nur parallel geschaltet. Im fünften und letzten Bild werden dann die Ausgänge des Schieberegisters mit den gemeinsamen Anoden der Anzeigen verbunden. Auch hier wird eine fehlerhafte Reihenfolge mit einer fehlerhaften Darstellung bestraft. Man sollte es nicht meinen, aber bis alles fehlerfrei läuft, kann man sich schon mal eine Woche mit dem Platinchen beschäftigen. In jedem Fall muss die gesamte Verdrahtung vor der Inbetriebnahme mit einem Durchgangsprüfer getestet werden. Die Messung muss akustisch oder per Widerstandsmessung erfolgen, da sonst auch die Widerstände zwischen den IC-Pins als verbunden angezeigt werden. Hier seht ihr jetzt eine kleine Animation, wie der Controller ein einzelnes Hai durch die 74 HC 595 schiebt. Mit jedem Shift im Schieberegister, gesteuert über das Clock-Signal, wird unser gesetztes Bit durch die Ausgänge der einzelnen ICs weitergereicht. Bei entsprechender Geschwindigkeit erzeugen wir wieder ein stehendes Bild. Man sieht aber auch ein Problem mit den Anzeigen. Nach jeder vierten Anzeige wird das Bit nicht in die erste Anzeige des nächsten Moduls geschoben, sondern das fünfte Digit, nämlich Doppelpunkt und Hochkomma, sind in der Reihenfolge den nächsten. Das werden wir in der Software berücksichtigen, indem wir die fünfte Anzeige jedes Moduls mit einem Doppelschiff überspringen. Jetzt sind einige Bilder des Aufbaus zu sehen. Ich weiß, dass das nicht gerade ermutigend aussieht, aber man darf nicht vergessen, dass der größte Teil nur aus Brücken besteht, die man zugegebenermaßen auch hübscher verlegen könnte. Der größte Teil der Verdatung ist aber durch die Anzeigen verdeckt bzw. befindet sich auf der Rückseite. Sehen wir uns die Software an, die ja immerhin 50% der ganzen Geschichte ausmacht. Oben im Kopf haben wir die Definition für den Thermistor, das heißt also die Ports, in diesem Fall den Analogport A0. Diverse Standardeinstellungen, was den Sensor betrifft. Hier binden wir wieder die Timer1-Library für die Interrupts ein. Die Segmente bekommen ihre richtigen Controller-Pins. Dann unsere Tabelle für die ASCII-Nach-7-Segment-Wandlung. Z-Counter ist unsere Variable für den unendlichen Zähler. Z-Counter 2 wird benötigt, um das Ganze in Stunden, Minuten und Sekunden umzurechnen. Dann haben wir wieder unseren String S-Display, der diesmal 32 Zeichen vorhält. Und hier ganz wichtig, unsere Pins für den 74HC 595, nämlich einmal den Shift-Pin, den Store-Pin und den Data-Pin und die jeweiligen Positionen, wo sie an dem Controller angeschlossen sind. In Void Setup werden wieder unsere Segmente auf Ausgang geschaltet und erstmal auf High gesetzt. Da wir ja gemeinsame Annoten haben, müssen wir die Segmente mit Low ansteuern, deswegen setzen wir sie am Anfang auf High, damit sind sie nämlich aus. Auch die drei Pins Store, Shift und Data für den 595er werden auf Ausgang gesetzt. Und wir springen zuerst mal die Routine CL-Display, also Clear-Display an. Die gucken wir uns gleich mal an. CL-Display löscht also erstmal unsere gesamte Anzeige. Am Anfang wird das Store-Pin auf Low gesetzt. Damit zeigen wir den Baustein an, dass jetzt eine Datenübertragung erfolgt. Wir setzen den Data-Pin auf Low, das heißt es werden jetzt nur noch Nullen durchgeschoben. Dann haben wir eine Schleife mit 40 Counts, die faktisch jetzt 40 Lows in die Bausteine reinschiebt. Und damit sind die Anzeigen aus. Genau passiert jetzt folgendes. Unser Data-Pin ist bereits auf Low. Mit einem Shift-High und Low schieben wir das erste Bit in das Register. Mit Store, High und Low werden die Daten aus dem Register, die ja erstmal nur ein Ledge sind, auf die Ausgänge übertragen. Und wir starten wieder mit dem nächsten Bit und das 40 Mal und damit sind dann sämtliche Steine und sämtliche Anzeigen durch. Danach werden dann sämtliche Segmente wieder ausgeschaltet, hätten wir uns jetzt oben im Kopf sparen können. Und wir springen wieder zurück zum Aufrufer. Und der war, wo war er, hier oben genau. Dann folgt der initiale Start der ganzen Geschichte, indem wir hier jetzt nämlich nach dem gleichen Prinzip wie eben bei Clear Display ein High auf den Data-Pin legen. Und damit von jetzt an nur noch dieses eine High durch die gesamte IC-Kette schieben. Der Interrupt wird wieder auf 500 Mikrosekunden gesetzt und wir befinden uns in Void Loop. Hier wird alle 5 Sekunden dafür gesorgt, dass die Funktion ReadTemp aufgerufen wird, damit der Temperatursensor alle 5 Sekunden ausgelesen werden kann. Dann haben wir am Anfang Switch Run Mode Case 0. Das ist ja der Startzustand, da wird dann wieder der initiale Text ausgegeben. Schaltet danach sofort auf Run Mode 1 um, also den Normalzustand sozusagen. In Case 1 wird dann alle 100 Millisekunden der Counter-Z-Counter um 1 erhöht. In S-Display weisen wir jetzt den ersten 16 Anzeigen den Inhalt von Z-Counter zu. Also die erste Zeile. Packen noch am Anfang die vorher ermittelte Temperatur dazu. Die befindet sich im String S-Steinhart und wird in der entsprechenden Routine zusammengebaut. Dann springen wir Do Hours an. Do Hours wird jetzt unseren Z-Counter in Stunden, Minuten und Sekunden aufsplitten und weist das Ergebnis S-Display 2 zu. Springt wieder zurück und hier wird jetzt der String S-Display mit S-Display 2 verbunden und damit haben wir 2x16, also 32 Zeichen zusammengepackt, die dann in der Interrupt-Routine an das Display geschickt werden. Write-Display ist ja unsere Interrupt-Routine und wird alle 500 Mikrosekunden angesprungen. Am Anfang werden erstmal hier die Segmente wieder komplett abgeschaltet. Der Display-Counter für die Anzeigen um 1 erhöht. Wenn der Display-Counter die 40. Anzeige erreicht hat, springt er wieder auf die erste zurück, also auf Anzeige 0. Setzt den Data-Pin wieder auf High. Hier holen wir uns aus S-Display wieder das aktuelle Zeichen für die aktuelle Anzeige und wandeln die in das 7-Segment-Format. Über diese Switch-Case-Anweisung setzen wir die Dezimalpunkte, nämlich einmal für die Anzeige 1, das ist die Kommastelle für die Temperatur, und für die beiden 100 Millisekunden Anzeigen an der 15. und 30. Anzeigeposition. Hier haben wir jetzt den Punkt, wo wir das Problem lösen mit der 5. Anzeige in jedem Modul. Hier wird abgefragt, an welcher Position sich die Routine gerade befindet, bzw. welches gerade die aktuelle Anzeige ist. Nämlich 15, 15, 20 und 25, 30, 35 und 40 sind immer die Doppelpositionen in der seriellen Schiebekette. Wenn das dann der Fall ist, wird hier ein weiteres Shift ausgeführt und die aktuelle Anzeige wird übersprungen. Und der Display-Count logischerweise um 1 erhöht und die eigentliche Shift- und Store-Geschichte läuft weiter. Zum Schluss wird dann wieder der Data-Pin auf Low gesetzt und die Interrupt-Routine Write-Display ist damit fertig. Zum Schluss haben wir noch Read-Temp. Das hatten wir im dritten Teil auch schon. Hier wird eine Funktion benutzt, die ich irgendwie von Adafruit oder so ähnlich habe oder von irgendeiner Google-Seite. Dabei wird die Temperatur siebenmal eingelesen, vom Sensor mittelwert gebildet und das Ergebnis nachher dem String S steinhart zugeführt. Damit sind wir softwaretechnisch auch durch. Wir benutzen hier keine Library oder irgendwas, sondern machen das alles zu Fuß. Die Arduino IDE kennt ja auch diesen Bitstream-Befehl. Den verwende ich hier nicht, weil der, soweit ich weiß, immer 8 Bit auf einmal verarbeitet. Das heißt, wir können auf die einzelnen Bits dann sozusagen in den Register nicht zugreifen. Zum Schluss gibt es noch ein kleines Filmchen von der laufenden Platine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.